Da sind wir wieder, Yagerlu, das Musikmagazin und ich freue mich sehr, Clara Luise ist da. Schönen guten Morgen, du hast ja schon irgendwie einen Auftritt hinter dir heute und jetzt in aller früh hier bei Yagerlu. Wie geht's dir? Mir geht's gut, also aktuell bin ich fit, seit fünf Uhr wach, aber noch geht's. Was trinkst du zum zum fit werden? Kaffee oder Tee? Also eigentlich trinke ich total ungern Kaffee, aber wenn es sein muss, dann muss Kaffee sein, ja. Wobei ich letztens gelesen habe, ich glaube es war auf Stern.de oder so, dass der Mensch halt so Uhrzeiten hat, wo das gar nichts nutzt, wenn man Kaffee trinkt. Also man muss halt immer so bestimmte Zeitfenster im Prinzip gebrauchen, aber wurscht. Du hast dein Debütalbum mitgebracht, Erde. Sieht ja auch schon fast aus wie so eine Erdkugel, ne? Ja genau, das war auch Absicht. Also Erde heißt das Album, weil ich finde Erde ist so ein übergreifender Begriff. Da passen irgendwie alle Themen rein, über die ich singe und es gibt auch einen Song auf dem Album, der heißt Erde. Es gibt eben handgemachte Musik und Erde ist da der perfekte Begriff. Wobei jetzt, wenn ich dein Porträt hier als Erdkugel nehme und dann die Tusche-Zeichnung dahinter, sieht ja irgendwie so ein bisschen implodierend aus, oder? Noch nicht aufgefallen? Ist mir noch nicht so aufgefallen, nö. Also war keine Absicht. Also, aber wer ist auf die Idee gekommen mit der Struktur dahinter und was, soll sie einfach nur schön aussehen, oder? Genau, also es sollte halt so ein bisschen Erde darstellen, die Farben eben auch grün, dunkelbraun, ja genau, also erdig soll es aussehen. Wie lange hast du insgesamt daran gearbeitet? Insgesamt drei Jahre lang, weil ich sehr lange Songs geschrieben habe. Ganz, ganz viele Songs, da sind auch sehr viele in der Schublade jetzt und elf sind es dann geworden, die aufs Album gekommen sind. Man muss ja sagen, aufmerksame Jagaloo-Zuschauer, und da gibt es ja draußen sehr, sehr viele, ne, erfreulicherweise, könnten dich noch von damals kennen, so mit Fabian Buch, Happy Birthday oder Merry Merry Christmas. Das hat nämlich Clara Luise geschrieben damals, ja, ja. Aber damals noch blond. Ja, kurze Zeit, sogar in der Zeit war ich blond, das stimmt, ja, aber eigentlich bin ich frünett. Ja. Was war denn das damals für eine Zeit, also, dass du dann dachtest, ach, ich probiere mal das Blonde aus? Ach, ich wollte eigentlich schon immer mal blond sein, einfach nur, um zu gucken, wie das so ist, habe ich gemacht. Und jetzt würde ich es nicht mehr machen, weil die Haare natürlich kaputt gehen davon. Da kann ich auch Anip von erzählen. Als ich jung und hübsch war, da hatte ich auch immer, ja, ja. Und dann auch selber gemacht, so mit Wasserstoffperoxid. Ich glaube, die Friseure nehmen so maximal 18 Prozent oder so. Oder üblicherweise ist es, glaube ich, irgendwie neun bis zwölf und ich hatte, glaube ich, 21. Und da war meine Kopfhaut hinterher wirklich wie so Ameisengraben oder so. Also, das war sehr, sehr unangenehm. Ja, aber ich würde gerne einen kleinen Schritt auch noch mal zurückgehen, also jenseits von Fabian Buch. Also, Musik gemacht hast du schon in sehr frühen Jahren, ne? Genau. Ich habe mit sechs Jahren angefangen, Geige zu spielen. Habe ich gemacht, bis ich zwölf war. Dann habe ich angefangen zu singen. Und mit 13 angefangen, Lieder zu schreiben, Texte zu schreiben. Also, ich habe schon immer gerne Gedichte geschrieben und dann hat das irgendwie gut gepasst. Musik gemacht, Songs geschrieben und da bin ich jetzt drauf hängen geblieben, sozusagen. Kommst du aus so einem musikalischen Elternhaus? Nee, gar nicht. Also, meine Eltern hören zwar gerne Musik, ja, so wie fast jeder. Wir haben auch viel zusammen Musik gemacht, also gesungen, aber sind jetzt nicht musikalisch aktiv. Aber was war das dann für Musik, die ihr dann gemeinsam gemacht habt? Wir haben ganz viele Kinderlieder zusammen gesungen im Auto, auf Urlaubsfahrten. Daran kann ich mich gut erinnern. Gibt es da noch Beweisvideos zufällig? Videos gibt es nicht. Wir hatten damals keine Videokamera. Gibt es nur im Kopf, die Bilder. Und dann bei deiner Bio stand, dass du irgendwie schon relativ frühzeitig halt auch angefangen hast, irgendwie Gedichte in Sekundenschnelle zu schreiben. Hast du so ein IQ von 195 oder ist das einfach so, in dir drin liegt es dir im Blut? Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Also, das ist mir schon immer leicht gefallen, Texte zu schreiben. Dafür kann ich überhaupt nicht mit Zahlen umgehen zum Beispiel. Aber Texte schreiben, das liegt mir und das fließt irgendwie so. Dann noch mit Stift und Zettel oder schon am iPad oder Computer? Also meistens fange ich an, mit Stift und Zettel die Notizen, die groben Notizen zu machen und dann zum Computer und ausfallen. Bist du da stolz drauf? Nee, also ich wache jetzt nicht morgens auf und denke, wow, ich bin stolz, ich kann Texte schreiben. Aber ich bin froh, dass ich so eine Leidenschaft habe für Musik oder auch für Texte zum Schreiben. Und dass man so etwas hat, wo man so seine Kreativität reingeben kann, sein Herzblut. Das ist schön. Wie waren denn so die ersten Schritte in das professionelle Musikbusiness? Also wie fing das alles an? Ich habe mit 16 bei einem Online-Casting mitgemacht und bin da Zweite geworden und da war ich bei einem Schweizer Indie-Label untergekommen und habe damals schon mal eine Platte rausgebracht mit 16. Das war so englische Pop-R'n'B-Geschichte und dann habe ich das zwei Jahre lang ungefähr gemacht und dann eine Auszeit genommen und mich umorientiert komplett. Also jetzt eben auf Deutsch und handgemachte Pop-Rock-Musik, also quasi ein Chor-Trast-Programm. Warum dann jetzt doch Deutsch? Ich habe irgendwo so eine Grenze gespürt bei dem Englischen. Es ist halt nicht meine Muttersprache und man kann sich nur begrenzt ausdrücken und die Sprache ist schön zum Singen auf jeden Fall. Das Deutsche ist eine größere Herausforderung, aber dafür kann man viel mehr ausdrücken und das fand ich irgendwie wichtig. Und wenn man sich jetzt auf die Bühne stellt und man singt Deutsch, dann zeigt man irgendwie alles von sich. Das finde ich gut. Auf die Bühne stellst du dich ganz gerne, aber Menschenmassen sind nicht so dein Ding? Habe ich mir sagen lassen? Genau. Wie passt das zusammen? Also ich mache einfach gerne Musik und lasse das gerne, also ich teile das gerne mit anderen Leuten. Und ich bin vorher extrem aufgeregt und sobald dann das Lied beginnt, dann geht's. Aber jetzt privat bin ich kein Mensch, der ständig Trubel braucht oder irgendwie da im Mittelpunkt stehen möchte. Das geht wirklich nur um die Musik, dass ich mich dann wohlfühle, wenn ich das irgendwie teilen kann. Woher holst du deine Inspiration für die Songs? Ähm, das sind verschiedenste Alltagssituationen. Also ich bin sehr nachdenklich, mache mir viel Gedanken ums Leben und um die Menschen und ich glaube daher kommt das. Ich setze mich dann hin, dann schreibe ich und dann lese ich mir das durch, was ich da hingeschrieben habe und dann verstehe ich erst, was eigentlich in meinem Kopf vorgeht. Es sind ja auch immer so diese Selbstzweifel und Selbstentdecken, also gerade jetzt bei Irgendwann. Wie war das hier? Steck vor Zweifel, gerade die Bilder mit dem Spiegelbild und die Frage nach dem, wenn du da bist, dann zeigt dich so an dich selbst gerichtet. Was war das dann für ein Moment, als du den Song beispielsweise geschrieben hast? Also das beschreibt so eine Phase in meinem Leben, wo ich nicht wirklich wusste, wer ich bin. Wo ich das Gefühl hatte, wenn ich mich im Spiegel anschaue und das ist wirklich real, dass ich das Gefühl habe, das bin ich gar nicht irgendwie. Also hatte nicht so eine Kontrolle über mich. Anscheinend habe ich zu viel darauf geachtet, was andere von mir denken und erwarten und wusste gar nicht, hey, was willst du eigentlich oder wer bist du eigentlich? Und das war so eine Phase, wo ich mich auch danach gesehnt habe, dass ich das mal irgendwann checke. Wann kommt der Punkt, wo ich weiß, so das bin ich und das ist okay, so. Ist mir egal, was die anderen denken. Und dann statt zum Schrink zu gehen, machst du einen Song drüber. Ist doch eigentlich ganz praktisch. Ja, genau. Und der Song ist total autobiografisch und ich glaube, dass fast jeder schon mal so einen Moment hatte im Leben, wo man Unsicherheit hat. Ja. Diese Melancholie, also es ist ja häufig so, dass halt deine Songs relativ melancholisch sind, aber dann inhaltlich trotzdem einen optimistischen Ausblick geben, so. Das klassische Widerspruchsding. Aber woher kommt die Melancholie? Ach, ich denke einfach viel nach, mache mir viele Gedanken und vielleicht auch Sorgen. Und ich verdränge nicht so gern. Daher kommt das vielleicht. Und ich versuche immer, beide Seiten zu betrachten. Also natürlich auch das Melancholische, aber eben auch die Hoffnung, dass man weiß, auch wenn man gerade irgendwie unten ist, es geht halt weiter. Und das muss man sich immer vor Augen halten, dass es eben nicht immer nur schlecht ist, sondern danach folgt immer was Gutes. Und andersrum. Es gibt immer beide Seiten. Yin-Yang, auf Regen, folgt Sonnenschein und so weiter und so fort. Wenn du deine Songs schreibst, klassischerweise an der Gitarre oder? Genau, ich setze mich mit der Gitarre hin und dann spiele ich ein bisschen, kommt die Melodie, dann zeichne ich das auf mit dem Handy und dann setze ich mich hin und schreibe in Ruhe den Text. Wer ist üblicherweise der Erste, der einen Songentwurf von dir zu hören bekommt? Derjenige, der gerade in meiner Nähe ist. Da bist du so offen? Ja, schon. Also ich zeige das gern, weil ich direkt das Feedback irgendwie haben möchte. Wenn ich total begeistert bin, dann will ich das direkt zeigen. So, wie findest du das? Ich bin gerade total überzeugt von dem Song und ja, da bin ich offen. Wie häufig passiert es, dass derjenige dann aber sagt, ne eher nicht so? Oder ist das eher eine Ausnahme? Doch, das kommt schon vor, dass jemand das sagt und das finde ich auch gut, wenn jemand ehrlich ist. Man kann ja nicht immer alles gut finden, aber im Endeffekt muss man natürlich drauf hören, was man selbst für ein Gefühl hat. Jetzt muss ich mal schauen, was wir noch haben. Also du hast auch eine eigene Werbefirma als Texterin. Ist das so quasi die solide Basis, falls es mit der Musik dann vielleicht doch nicht so ganz so klappt? Oder was war der Hintergrund für die Werbefirma? Der Grund war eigentlich, dass ich Bock drauf hatte, das zu machen. Eben Texte zu schreiben oder mit unserem Grafiker zusammen Webseiten zu gestalten, Fotoshootings und sowas. Das ist einfach ein Bereich, der mich total interessiert. Und so ein Kontrast zur Musik bzw. so ein Ausgleich auch, der mir gut tut. Wie jung bist du? 22? Ich bin 22, ja. Krass. Also weil, also richtige Firmen sind natürlich dann so eher die älteren Herren und so. Wie ist das so im Geschäftsleben? Wirst du dann komplett für voll genommen oder hast du auch manchmal so Momente, wo du denkst, ob das jetzt so cool war? Ja, schon. Also man hat schon das Problem, dass man vielleicht nicht immer ernst genommen wird. Aber da mache ich mir einfach keine Gedanken mehr drüber. Also wenn jemand die Arbeit gut findet, dann kann er gerne zu uns kommen und dann machen wir das. Und wenn nicht, dann eben nicht. Das ist Geschmackssache. Ich glaube, gerade in der Werbebranche ist das gar nicht mehr so streng mit dem Alter. Wo liegt da der besondere Reiz bei dir? Also wo ist das Hauptaugenmerk beim Texten dann wahrscheinlich, oder? Ja, ich finde es immer voll spannend, wenn die Leute kommen und die erzählen, was sie vor Vorstellungen haben. Und man versucht, sich hineinzufühlen und überlegt, was könnte der Mensch, was passt zu dem Mensch und was will der ausdrücken? Und wenn man dann das trifft, den Geschmack und genau die Idee umsetzen kann, das finde ich spannend. So, dann gucken wir, was ich noch so habe. War irgendwann eigentlich ein Banjo dabei? Irgendwie hatte ich so den Eindruck, nicht? Nee. Wie gerne würdest du denn auf den Mond fliegen? Das ist tatsächlich ein Kindheitstraum von mir gewesen. Also, dass ich mal Astronautin werde. Aber das würde ich glaube ich nicht mehr machen, weil ich habe mal eine Operation gehabt im Ohr, war, dass ich so ein künstliches Trommelfell reinbekommen habe. Und jetzt ist schon Fliegen ein bisschen schwierig. Deswegen glaube ich zum Mond, das ist zu weit weg. Ja, leider. Schade. Ja, ist aber auch sehr teuer. Ja, aber ich glaube hier der Chef von Virgin Airlines oder so, der ist doch schon am Basteln, ne? Hier in dieser... Ich weiß, es kommt gar nicht auf den Namen. Ja, diesen Sommer, wie sieht es aus? Live ein bisschen oder ist Tour im Herbst? Du weißt es jetzt gar nicht. Ja, sind wir aktuell in Planung. Für Herbst, Winter wird ja doch mal an der Webseite stehen. Cool, dann lieben Dank. Ja, danke. Und ihr checkt natürlich aus Erde von Clara Luise.